Hallo liebe Kinder, ich zeige euch heute einige Bilder aus einem meiner Lieblingsbücher. Das Kinderbuch heißt Der Apfelbaum. Auf dem ersten Bild sehen wir Bäume, die auf einer Wiese stehen. Es sind sechs Bäume. Eins, zwei, drei stehen im Vordergrund und eins, zwei, drei Bäume stehen im Hintergrund. Die Bäume haben noch keine Blätter an ihren Ästen. Sie tragen Blüten. Die Blüten sind eher klein. Es ist also wahrscheinlich oder ganz sicher sogar Frühling. Das Bild ist schwarz-weiß. Es hat keine Farben. Was können wir da machen? Oh, jetzt ist das Bild eingefärbt. Der Himmel wurde blau. Du siehst jetzt die weißen Wolken am blauen Himmel stehen. Die drei Bäume im Hintergrund werden bunt. Und jetzt die Wiese und die drei anderen Bäume. Was entdeckst du am zweiten Bild? Siehst du den Schmetterling, der unter dem Baum fliegt? Und jetzt sind die Blüten des Apfelbaums wieder rosa geworden. Sag einmal, wer macht denn das eigentlich da die ganze Zeit? Ich meine, es gefällt mir ja total gut. Habe ich da etwa ein Zauberbuch in der Hand? Oder zaubert da jemand anderer? Ja, hallo Krokodil. Hallo. Was machst denn du hier? Hast du schon zuerst das andere Bild verzaubert? Ich übe gerade das Zaubern. Das hast du richtig schön gemacht. Ja, ich weiß. Ich kann auch andere herzaubern. Zum Beispiel die Schnecki. Mima Meck, her mit der Schneck. Hä, wo bin ich denn? Ah, hallo liebe Kinder. Schön, dass du da bist. Und toll gemacht, Krokodil. Bleibst du da und zauberst du schön weiter bei uns. Das wäre fein. Ja klar, kann ich machen. Schmetterlinge fliegen neben dem Baum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schmetterlinge fliegen neben dem Baum. Danke, Krokodil. Jetzt sind die Schmetterlinge noch schöner. Die drei gelben Schmetterlinge. Der eine blaue Schmetterling. Ein Schmetterling ist braun. Und zwei Schmetterlinge, die sind so weiß. Süß. Gefleckt. Sie haben ein paar Punkte. Übrigens, Punkte. Einer der gelben Schmetterlinge hat vier kleine Punkte. Auf seinen Flügeln. Siehst du diese? Also ich sehe sie. Ich habe nämlich gute Augen. Toll. Die zwei Vögel, die auf der Seite zum Apfelbaum fliegen, haben ein rotes Bäuchlein oder eine rote Kehle. Man nennt sie Rotkehlchen. Katzensprung und Drachenmund. Lieber Baum, du wirst jetzt bunt. Danke, Kroko. Du kannst aber wirklich gut zaubern. Gern geschehen. Ein Vogel fliegt zum Apfelbaum. Der Vogel fliegt zum Apfelbaum. Die Vögel fliegen zum Apfelbaum. Fünf Vögel sitzen auf den Ästen des Apfelbaums. Zwei kleine Vögel sind gelb, schwarz. Süß. Und drei Vögel oder die anderen drei Vögel sind rot. Es sind wahrscheinlich die Jungen der zwei Rotkehlchen. Lieb. Eine Eule fliegt über die Wiese. Zwei Siebenschläfer sitzen auf dem Apfelbaum. Und zwei Igel gehen auf der Wiese. Igel sind ja nachtaktiv. Das heißt, sie sind in der Nacht putzmunter. Der Mond steht am Himmel. Er leuchtet gelb. Danke, Groko. Das hast du fein gemacht. Die Birnen sind gelb. Drei Birnen sind hinuntergefallen. Siehst du die drei Birnen auf dem Boden liegen? Im Hintergrund sehe ich zwei Zwetschgenbäume. Die Zwetschgen oder auch Pflaumen genannt, sind gute, saftig, süße Früchte. Obst, das du bestimmt aus der Schule kennst. Mir schmecken Zwetschgen besonders gut. Sie sind violett-bläulich und haben einen süßen Geschmack. Rechts im Vordergrund siehst du unseren Apfelbaum. Der Baum hat schon viele Äpfel verloren. Ein paar davon sind auf die Igel-Familie gefallen. Die Igel tragen die Äpfel auf ihren Stacheln davon. Später werden sie die Äpfel fressen. Mh, köstlich. Einige Vögel sitzen auf dem Apfelbaum. Zwei dunkle Vögel. Ein bunter Specht. Ich glaube, es ist ein Specht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein bunt Specht. Drei Vögel sitzen nebeneinander, dicht gedrängt auf einem Ast. Aus einem Baumloch schaut ein Schwanz hervor. Es ist der Schwanz des Siebenschläfers. Der hat es sich im Baum gemütlich gemacht. Jetzt habe ich keine Zauberkraft mehr. Oh, GroKo, das hast du schön gezaubert. Ich danke dir. Jetzt sieht man auch die gelben Blätter, die die Bäume verlieren. Es weht ein leichter Wind. Es ist Herbst. Der Igel geht auf der Wiese. Die Weißen Wolken stehen am blauen Himmel. Der blaue Schmetterling fliegt neben dem Baum. Drei gelbe Schmetterlinge fliegen um den Apfelbaum herum. Fünf rote Äpfel hängen an den Zweigen des Apfelbaums. Schau dir dieses Video jetzt noch einmal an und sprich selbst dazu. Du kannst auf Pause drücken und dann erzählen, was du in diesem Bild siehst. Danke ihr beiden, das hat wieder viel Freude gebracht. Und danke dir zu Hause fürs Mitmachen und Mitsprechen.